Jetzt können Sie sagen, ja, 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 alles klar, in der Oper, da brauche ich die Tragfähigkeit, da ist ein richtig großes Orchester drunter, da verzichte ich gerne auf so ein bisschen Text, aber was ist mit Konzert, was ist mit Lied, da kann man doch auf ein bisschen Tragfähigkeit verzichten zugunsten klarer Vokale, auch weil die Begleitung ja nicht so laut ist. Also gibt es Unterschiede in den Literaturgattungen, gibt es historische Unterschiede und gibt es physiologische in der Stimmgebung. Darauf sage ich ein ganz klares Jein. Natürlich bedarf es in der Oper einer anderen Tragfähigkeit, aber es gilt ja dieselbe Regel. Die Stimme wird schrabaziert, wenn Sie zu wenig Resonanz benutzen, bei zu viel Atemdruck. Es gibt in meinen Augen nicht diese riesigen Unterschiede. Denn für was für Stimmen haben die Komponisten komponiert? Richard Wagner kannte keine Wagner-Stimmen. Richard Wagner kannte Beethoven-Stimmen. Was für Stimmen kannte Beethoven? Beethoven kannte Mozart-Stimmen. Wir haben ja gerade das Beethoven-Jahr. Seine Ur-Leonore ist zum Beispiel eine Koloraturpartie, die bis zum Cis III geht. Also auch im dramatischen Singen ist die Stimmgröße nicht so entscheidend wie die Obertonstrategie, die Resonanzstrategie, nämlich mit Tragfähigkeit und nicht mit Stimmdruck dauerhaft in der Kehle zu arbeiten. Die Lieblingssängerin von Richard Strauss war Maria Jereza. Sie hatte im Alter von 17 Jahren, also 1905, ihr Debüt als Elsa im Lohengrin gegeben. Ich hätte Ihnen jetzt wahnsinnig gerne ein Bild von ihrer Lohengrin-Premiere eingeblendet. Habe ich nicht gefunden. Deswegen dieses hier. Sie heißt auch Elsa und ich finde das auch sehr schön. Also vielleicht tut es das auch. Ja, und so sah Maria Jereza aus, allerdings 1974, ein bisschen später. Nach ihrem Debüt im Lohengrin mit 17 Jahren hat sie Land auf Land ab Operette gegeben. Und als sie dann nach Amerika gegangen ist, hat Strauss ihr überlassen, welche der drei Partien sie im Rosenkavalier singen möchte. Also die lyrische Sopranpartie Marschallin, die andere Sopranpartie Sophie oder die Mezzosopranpartie. Und sie hat sich entschieden für die Mezzosopranpartie, für den Oktavian. Seien Sie mal ganz ehrlich, liebe Intendanten, wenn Sie das hören würden, mit 17 die Elsa, dann Operette Land auf Land ab, dann die Mezzosopranpartie, Sie würden noch sagen, die Stimme ist kaputt. Beantragen Sie Rente. Nein, das hat sie nicht gemacht. Sie hat übrigens die Ariadne auf Naxos-Uhr aufgeführt. Dann hat sie viele, viele Toskars, Isoldes, Marietta in der Totenstadt rauf und runter gegeben. Also hochdramatische Partien. Und man weiß nicht, wie sie dabei geklungen hat. Aber man weiß, wie sie 15 Jahre später geklungen hat, bei den ersten Rundfunkaufnahmen. Und hören Sie selbst? Nur gestützte Kopfstimme. Kopfstimme. Tja, da kann man nur in die Knie gehen. Was sagen uns diese überlieferten Fakten? Diese Einteilung, Konzertsänger, Opernsänger, Liedsänger, Entschuldigung, das ist Schwachsinn. Die Komponisten haben für gesunde Stimmen komponiert. Klar, es gibt einen Taumbro-Unterschied, da komme ich gleich noch drauf, durch verschiedene Anatomien. Und natürlich benutzt man unterschiedliche Resonanzen entsprechend der Literatur. Übrigens auch im Rezitativ. Im Rezitativ ist die Sinngebung noch wichtiger als in einer Vokalise, einer Aria. Das ist zweifelsohne richtig und trotzdem gibt es ja keine grundsätzlich andere Stimmbehandlung. Wenn wir Resonanz mit Halsverkrampfung abquetschen, schädigt das die Stimme. Die Helligkeit oder die Dunkelheit einer Stimme, also das Taumbro, bemisst sich an der Anatomie, also dem Abstand zwischen Zunge, Kehle und Zahnreihe. Eine von Natur aus helle Stimme hat es natürlich wesentlich leichter im Rezitativ, das dem Text angemessene Verhältnis zwischen Resonanz und Konsonanten und Vokalen herzustellen. Sie würden sich natürlich schon überlegen, wen lassen sie das Konzert singen, das Oratorium und wer singt die Tosca. Aber es ist genauso schädlich, eine sehr große, eine sehr resonanzreiche Stimme durch eine Halsverengung kleiner zu machen und damit textverständlicher, wie es schädlich ist, eine kleine Stimme größer zu machen mit zu viel Atemdruck. Das gilt übrigens nicht nur für Solisten, liebe Chorleiter und Dirigenten, das gilt auch für den Chor. Das gilt übrigens nicht nur für Solisten, sondern auch für den Chor.